Hallo Ingrid und Robert, hier ist Dörte. Ich sitze am Computer und denke an euch, ich habe gerade Roberts E-Mail bekommen und die Bilder gesehen und das sieht ja alles ganz interessant aus. Wir hoffen sehr, dass die Wunde schnell heilen wird und dass es euch ganz gut geht und wir schicken ganz herzliche Liebegrüße für den Sonntag an euch beide. Alles Gute, tschüss, bis dann!